Lust auf Gasthof-Manager? Na dann kommen wir mal mit. Brauerei Gasthof Krone. Das klingt doch schon nach Nostalgie, nach Dorfleben, nach Wirtshaus, nach richtig gutem Essen und Trinken, oder? Und das soll hier in Münsteinach wieder entstehen. Jetzt haben wir noch eine totale Baustelle, aber ich verspreche euch, im Frühjahr wird das richtig schön. Geschichte und Moderne vereint. Ein Treffpunkt für Jung und Alt, für Feinschmecker und Arbeiter, wo man lachen und feiern kann, wo man tratscht und kabbelt und bei einem Bier eine richtig gute Zeit verbringt. Und genau da kommst du ins Spiel. Hopp, jetzt gehen wir mal rein. Du packst die Dinge an und machst sie einfach? Du bist also der Manager-Typ? Dann suchen wir genau dich, den Kopf des Gasthofs, der auf Gäste zugeht und neben dem Tagesgeschäft auch Events betreut. Der kreativ ist und die drei Ebenen unseres Gasthofs mit Leben füllt. Du kannst dich hier komplett ausleben, mitgestalten und deine Leidenschaft für Gastronomie einbringen. Bei uns in der Krone sollen sich die Gäste wie Königin und König fühlen. Sie sollen spüren, dass wir eine Mission verfolgen, nämlich Genuss, Wärme, Leidenschaft. Ach, die sollen sich einfach fühlen wie daheim. Und wenn das auch deine Mission ist und du nichts gegen finanzielle Sicherheit und gute Arbeitszeiten hast, dann bewirb dich bei uns und setz dir selbst deine Krone auf. Ab wann? Na, ab sofort! Und übrigens, du musst nicht aus Franken kommen. Wir nehmen auch Bayern und Preisen. So nennt man hier alle außerhalb von Bayern. Werde hier Königin oder König auf drei Ebenen im Brauereigasthof Krone. Bewirb dich jetzt! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR